Ein Tag als Masterstudentin an der FH-Journeum in Bad Gleichenberg. Mein Wecker klingelt um 5.30 Uhr, aber naja, ich brauche ein bisschen Uhr aus dem Bett zu kommen. So, guten Morgen! Die Sonne scheint zwar heute nicht, aber los geht's. Zuerst mal Zähne putzen, frisch machen, umziehen und dann schnell frühstücken. Mit dem Frühstück geht's für mich auch schon Richtung Bad Gleichenberg. Nicht röden, denn es heißt ab zum Bus. Da ich mit dem Öffis pende, brauche ich länger für die Anreise, aber kann die Zeit auch nutzen. Im Bahnhof angekommen geht es für mich auch schon zur Espa, mit der ich bis Feldbach fahre. Zeit im Zug nutze ich, um noch etwas zu arbeiten und für die FH fertig zu machen. Feldbach geht es dann weiter mit dem Bus nach Bad Gleichenberg. Nun sind wir angekommen und der FH-Tag kann starten. In den Lehrveranstaltungen wird das Gelernte oft gleich in Gruppen in die Praxis umgesetzt. Die Pause nutzen wir gerne, um unsere Wurzelkünste auf ein nächstes Level zu bringen. Auch am Heimweg nutze ich die Zeit, um noch ein bisschen zu arbeiten. Nach einem langen Tag auf der Fahrt freue ich mich auf ein bisschen Sporteln in der Bodehalle, um abzuschalten.